Schönen guten Tag! Heute ist der 27.11. und wir sind in meiner Lieblingsstadt in Freiburg. Da, guck mal, da steht der Waldsee. War ich schon ein paar Mal, aber natürlich nicht, um da laut Musik zu machen, sondern um gemütlich und lecker zu essen. Und jetzt machen wir hier Krach. Es ist absolut oberausverkauft. Langsam hört man es auch schon, ne? Die Erkältung schlägt um sich im Bus. Wenn man mit zwölf Leuten auf so einem Bus haust und alle sind so leicht angekränkelt, dann kann das schnell mal schief gehen. Wir klopfen mal auf. Dass alles gut geht. Wir basteln ja zur Zeit gerade immer noch stetig und weiterhin an der Setliste für unser tausendstes Konzert. Und ich glaube, heute sind wir endgültig fast so weit, dass wir schon mal das Set für Münster testen können. Also sicher ist ja nix und vor allem ändern wir uns hier in letzter Minute noch was. Aber es nimmt Formen an. Dafür ist die Tour ja da, um das Ganze so ein bisschen vorzubereiten. So sieht das leer aus und so voll. Alles muss kaputt sein. Alles muss ich ja nicht, ganz nur den Energie. Alles, ja, alles muss ich ja schon sein. So muss ich ja nicht, ganz nur den Energie. So muss ich ja nicht, ganz nur den Energie. So muss ich ja nicht, ganz nur den Energie. Schnells, im Leben im Schicht! Und schießt die Wartezeit! Oh 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 In victory we're the one who comes out in this So if you want to die in it Get out your head So if you want to die in it Get out your head Bindert, du bist es bei der Bindert, bei der Bindert, bei der Bindert Bindert, du bist es bei der Bindert, bei der Bindert Untertitelung des ZDF, 2020